Freudig präsentieren Hubert Berger von der Bäckerei Berger in Reutlingen und Ulrich Högl, Geschäftsführer der AWO Reutlingen, ein großes Laugenherz. Anlass war das Ende der Spendenaktion, für 100 Jahre AWO Herz gibt es 100 Tage Laugenherzen. Denn seit dem 5. Mai hatte die Bio-Bäckerei im Herzen der Reutlinger Innenstadt Laugenherzen zum Verkauf angeboten. Je 20 Cent vom Erlös wurde für die AWO zurückbehalten. Insgesamt 6000 Laugenherzen wurden so verkauft. Und die AWO Reutlingen kann sich nun über eine Spende von 1200 Euro freuen. Wir finden eine gelungene und sicherlich leckere Aktion.